Heute geht es um den Poncho, denn er ist das Trendteil für diese Herbst-Winter-Saison. Ein Poncho ist eigentlich nichts weiteres als eine umgekaufene Volldecke. In der Freizeit trage ich ihn wahnsinnig gerne, weil es unglaublich gemütlich ist. Wir alle können Ponchos tragen, egal ob man ein bisschen kräftiger, ganz zierlich, groß oder auch eher klein, wie ich es bin. Denn Poncho hat keine Größe und das ist das Tolle daran. Das Tolle am Poncho ist seine Vielseitigkeit. Rocket Barnes zeigt uns einen ganz jungen Look mit einem Franzen-Poncho. Kombiniert mit einer kurzen Shorts, also der perfekte Festival-Look. Der Poncho kann aber auch klassisch. Cathy Hummels zeigt uns einen Look mit einem cremefarbenen Cashmere-Cape kombiniert mit silberfarbenen Accessoires. Der perfekte Abendlook also. Alexa Chang trägt einen klassischen Burberry-Poncho. Das Besondere an ihrem Look ist, dass sie ihn als leeren Look trägt. Das heißt, man kann den Poncho im Winter auch einfach über die Jacke tragen.